hallo und willkommen heute gibt es einen mod spot light zu der mod karriere bees die mod karriere wie es ist eine erweiterung von forestry und dient eben um die ganzen bienen die wir haben zu erweitern ihr seht schon das ist eine riesen vielzahl an bienen die wir jedes mal hier eben aufgestellt haben und die werde ich euch heute alle zeigen das wird auch nicht alle sein wir werden später noch auf einige andere dinge eingehen zb auf die frames die hinzugefügt wurden auf die neue items wie die weiß und wir werden auch noch auf die neue rüstung eingehen natürlich auch die waffe die wird auch angesprochen wir fangen jetzt erstmal ganz simpel an wir haben hier eben eine neue biene und zwar die student queen und die student queen die können wir dann eben verwenden um damit eben neue bienen zu machen wie die gemacht wird es eigentlich ganz simpel und zwar moment das muss ich ganz gesund stein und zwar folgendermaßen wir haben eine common cultivated und benötigen ein bookshelf und daraus können wir dann eben diese student machen das bedeutet wir müssen im grunde die herausnehmen setzen das daneben ja hier daneben hin das kann auch irgendwo ein bisschen weiter weg sein das sollte aber irgendwo in der nähe sein und packen dann eben die princess und die cultivated throne rein und das ganze muss daneben arbeiten was seine zeit dauert und am ende bekommen wir eben diese queen raus ja wir haben das ganze natürlich beschleunigt und haben das bereits hier und wir sehen könnt ihr sehen diese student queen und die macht so ihr zeug jetzt ist natürlich die frage was bringt uns das wir können mit dieser student throne können wir jetzt einfach diese apri nehmen und deren hinweis geben wenn da keine queen drin ist also wenn wir jetzt zum beispiel hier schiff rechtsklick machen dann seht ihr an per student internship und die wird jetzt eben bescheid geben wenn keine queen mehr drin ist also wenn wir die jetzt rausnehmen seht ihr auch schon dass ein ausrufezeichen und das melden uns eben hey da ist keine königin drin bitte tut mal was und wenn die jetzt wieder drin ist dann ist alles super das soweit zu der ersten die nächste hat den effekt dass diese eben items auf sammelt das ist die collecting queen wie ihr hier sehen könnte liegt hier zum beispiel noch bauen drin oder arrows eben zeug was auf dem boden getraut wird wenn wir jetzt zum beispiel das hier auf dem boden schmeißen wird es hier aufgesammelt und liegt da direkt drin das nächste wäre die graduate b und die phd queen oder b ich nenne extra beide weil beide den selben effekt haben denn diese dienen dazu effekte von bienen wieder herzustellen ihr habt zum beispiel eine wichtige energiebiene und habt aus irgendwelchen gründen habt ihr den effekt überschrieben oder habt da den effekt verloren das lässt sich zum beispiel über gender street sehr schnell machen und aus diesem grund könnt ihr das damit eben bearbeiten das bedeutet ihr braucht dazu einfach dieses flower pedestal und dort legt ihr dann eben die biene drauf die ihr bearbeiten wollt beispielsweise die hier wenn die jetzt keinen effekt mehr hat und damit lässt sich das ganze dann auch ganz gut machen so das nächste wäre hier das habe ich mal ein bisschen weiter weggestellt das ist nämlich die artistik wie ihr hier sehen könnt sind ja sehr viele sehr viele gemälde und genau dafür ist die da diese artistic queen die meint uns eben gemälde auf und haut die überall in der umgebung hin allerdings hat es auch eine reichweite und stoppt irgendwo das heißt die bräume wurden zum beispiel noch nicht getroffen weil es eben weit genug weg ist aber ihr seht hier sind wunderschöne bilder gemacht worden sogar sehr große okay dann gehen wir wieder zurück und machen weiter das nächste wäre die armor b diese hat einen ganz tollen effekt denn diese können wir verwenden diese hier um eben dinge zu verbessern rüstung zum beispiel dafür haben wir eben das flower pedestal und da packen wir dann mal eine rüstung drauf zum beispiel nehmen wir mal ganz simpel hier ein diamond chest blade ihr seht ihr acht rüstung plus diese zwei weitere und wenn wir die jetzt drauf legen dann seht ihr das in effekte drumherum beziehungsweise ab und an seht ihr das und wenn wir das jetzt zum beispiel kurz nehmen seht ihr da kam jetzt plus 9,8 prozent armor und dadurch verbessern wir eben unsere rüstung und das lassen wir jetzt einfach mal drauf liegen ganz am ende zeige ich euch das ganze noch mal dann gehen wir weiter zur nächsten das ist die police wie diese police b ist eigentlich ganz witzig denn die kann einfach monster attackieren ich schaue mal ganz kurz haben wir dann irgendwo eine mob soll äh spawn genau wir gucken mal im grunde ja wir sollten doch irgendwas böses nehmen sonst wäre es langweilig aber wir nehmen einen creeper wenn wir diesen creeper hier hinstellen passiert erstmal ihr seht schon der bekommt schaden und wenn wir die jetzt eben hier drin haben wie ihr sehen könnt das funktioniert übrigens alles in der normalen apri genauso die ist jetzt getötet worden und hier ist dann eben berichte zum einen natürlich die items und die berichte das seht ihr eben das ja drauf steht wer getötet wurde wo getötet wurde zu welcher zeit und so weiter was auch schön ist ihr können die beispielsweise durchs troppen einfach verschwinden lassen ihr seht ist weggeworfen worden das heißt wenn ihr diese items unbedingt irgendwie ausfüttern wollte über eine ganz simple methode dann könnt ihr die items rausziehen droppen lassen und danach eben ins amy system packen oder so war ja die hier sowieso verschwinden okay dann kommen wir zur nächsten die persönlich mag ich sehr das ist die sharpening da sieht man natürlich erstmal nichts und wenn wir jetzt zum beispiel einen diamond sword nehmen und das hier drauf packen dann seht ihr das soll gleich wieder ein effekt kommen Kann es sein dass die voll ist ne die müsste arbeiten es können natürlich sein dass ein bisschen länger dauert schauen mal es ist trotzdem schon was draufgegangen 0,77 attack damage und damit können wir eben auch waffen verbessern ähm wir gehen weiter ihr seht wir haben hier ganz nervig einen baum aufgestellt wollte ich ursprünglich nicht aber das muss gemacht werden denn hier haben wir die lumber wie diese lampe b die hat die eigenschaft eben naja stücke aus bäumen raus zu ziehen dabei gehen die bäume auch nicht kaputt oder so was sehr schön ist und wir zum beispiel sehen können wir haben jetzt tree box und diese tree box die gibt es eben unglaublich vielen varianten und die können wir dann weiter verarbeiten ich schweiz gerade mal haben wir irgendwo den normalen tree bug so ihr seht es aus vier stück können wir eine oak wood machen das heißt aus dieser anzahl die wir eigentlich sehr schnell bekommen haben können wir schon ein stack naja holz machen so dass können wir weg packen okay wir müssen es wohl belassen okay dann geht es weiter als nächstes kommen wir zur hasb entry tron oder wie auch immer diese hasb entry ist eine ganz nette denn wenn wir tiere haben dann werden die miteinander gezüchtet das heißt wenn wir da zum beispiel zwei hühner haben wir können ja einfach mal wobei nehmen wir irgendwas besseres nehmen wir kühe wir nehmen mal zwei kühe stellen die hier hin wir hoffen mal dass die nicht mehr untereinander weg gehen und ihr seht schon die werden gezüchtet alles super und damit können wir eben ganz einfach ja ganz simpel können wir weitere tiere machen okay wir gehen in die nächste reihe da kommen wir zu unserer repair biene leider habe ich jetzt kein beispiel mit einem kaputten werkzeug aber prinzipiell können wir eben hier wieder ein flau pedestel hinstellen da unsere kaputte waffe zum beispiel einpacken die eben fast effekt ist und diese biene die repariert sie einfach sehr praktisch ich meine in modpacks da werden meistens energie waffen genommen daher in dem fall nicht so praktisch aber natürlich vanillamäßig ist es sehr cool das nächste wäre dann auch schon unsere smelter und naja wie der name schon sagt die schmilzt eben dinge wenn wir jetzt zum beispiel kapestor nehmen das hier drauf legen ja haben wir schon stein nach fünf sekunden und das ist im grunde der kleine vorteil dadurch da können wir eben einfach schmelzen was auch sehr praktisch ist an den flau pedestals wir könnten auch einfach darunter die items rausziehen der hat eben interface von unten und da können wir dann alles rausziehen und er erkennt auch wann es fertig ist also wie ihm bei einem vorn ist wo oben und unten slot ist hat er eigentlich auch oben und unten ein slot und die fertigen items sind dann eben unten und können rausgezogen werden das nächste das war ein bisschen kämpferei denn es gibt im internet keinerlei infos darüber dafür musste ich eben den quellcode lesen aber das passt hier ist die honey smelter drone klingt erstmal komisch da wird man sich denken okay die schmilzt wahrscheinlich honig aber leider ist es nicht ganz der fall vielleicht sollten sie den namen mal überarbeiten wenn wir jetzt zum beispiel eisen nehmen oder drauf legen dann solltet ihr sehen dass hier gleich was passiert genau da haben wir jetzt unser honeycomb ingot honeycomb ingots werden eben genutzt um zum beispiel rüstung zu machen oder eben die bb gun das werde ich euch später alles noch zeigen also soweit dazu und ihr seht schon ich wurde gerade ausgeraubt und die wird nachher noch kommen dass es die hier da hinten ähm ich hoffe mir wurde nichts schlimmes gestohlen egal wir machen weiter äh die nächste ist die business die übrigens falsch geschrieben ist warum auch immer ähm da ist mir bisher nur aufgefallen dass die royal jelly produziert ansonsten gibt es im internet keinerlei information darüber dass die irgendwas kann von daher wenn ihr zufällig was wisst schreibt sie in die kommentare aber bisher habe ich nichts gefunden darüber äh das nächste ist hier unsere butcher queen naja und die macht im grunde genau das was hier hinten auch gemacht wurde mit der police nur dass die eben keine bösen mobs attackiert sondern ganz nette die sollte zum beispiel jetzt attackiert werden im normalfall kommt schon vielleicht ist die gerade nicht in der laune tiere zu töten das ist auch okay ich meine ich mag tiere also es werden da eigentlich nur passive mobs attackiert egal dann lassen wir das einfach so stehen und gehen weiter und zwar hier die jente da muss ich sagen die hat mich zum verzweifeln gebracht es gibt auch scheinbar riesen threads darüber weil kaum leute verstehen wie die funktioniert prinzipiell sollte die jente bieder zu sein dinge zu automatisieren ähm bedeutet dass die apiary die standard apiary also nicht die von gandastry ähm dass man die automatisieren kann also automatisch items reinlegt oder rauszieht aber ich habe bisher selbst noch nicht herausgefunden wie das funktioniert vielleicht kommt da noch ein weiteres video wo ich das ganze erkläre aber ich kann es noch nicht sagen okay weiter geht es mit der rainbow drone und wie ihr hier bereits sehen könnt naja die produziert farben im grunde ist es auch alles was wir wissen müssen darüber äh das nächste wäre hier die mason die mason hat die eigenschaft blöcke zu schüsseln dafür müssen wir die blöcke einfach nur hinsetzen zum beispiel nehmen wir wieder kapistone setzen das hier hin und ihr seht schon hier ist auf einmal stein hier ist stein jetzt denken wir sich okay passt er macht weiter der macht jetzt auf einmal stone bricks daraus im grunde ist das was er kann ähm das kann er glaube ich bei gar nicht allzu vielen blöcken aber er kann theoretisch blöcke schüsseln natürlich aber in seinem eigenen schüsselsystem also nicht von einer eigenen mod okay weiter geht es mit der science drone diese hat absolut keinen effekt und wird nur benötigt um eben damit weiter zu machen und dann kommt hier die doctor drone erstmal ein cooler name und auch muss man dabei sagen die hat die lebensgeregnation wie hier sehen könnt die immer wieder jetzt da ist und verschwindet nervt zwar etwas aber ist eigentlich ganz praktisch denn wenn ihr jetzt zum beispiel gegen winter kämpft dann ist es doch sehr gut okay weiter gehen wir zu dieser hier der engineer drone diese hat leider auch keinen effekt bisher und ist nur ein platzhalter hat der entwickler bisher selbst geschrieben vielleicht wird sich das noch ändern das weiß ich natürlich nicht und dann kommen wir hier zur chunk seller drone die hier finde ich extrem interessant darüber gab es auch kaum informationen aber ich habe mich da erkundigt und getestet und irgendwann kam da auch was diese hier nimmt emeralds aus irgendwelchen inventaren und also aus irgendwelchen kisten und produziert damit eben zeug was man sich kaufen könnte das heißt wenn wir das jetzt rausnehmen und hier zum beispiel mal emeralds nachfüllen nehmen wir mal ein stack emeralds und legen das ganze hier rein dann sollte hier gleich auf einmal auf einschlag ganz viel neues zeug sein ihr seht schon da haben wir auf einmal laser branch void crystal und aluminium scaffold also eine riesen anzahl an dingen hier haben wir zum beispiel jetzt gerade einen gold block bekommen für emeralds oder proven frames also für mich eine sehr interessante sache und ich werde es wahrscheinlich privat auch noch sehr oft testen ok weiter geht es mit dieser hier die ich absolut nicht leiten kann das ist die tief queen oder die tief biene diese ist eben dazu da um nachts aber auch wirklich nur nachts ähm andere auszurauben das bedeutet wenn ihr irgendwo umher läuft dann nimmt die sich langsam die items aus dem inventar und naja hat daran spaß hier habe ich übrigens die portable an der leiste testen wollen und die hat sie mir auch weggezogen da kann ich euch gleich auch noch was zeigen denn wenn wir jetzt zum beispiel hier die hier reinlegen dann können wir hier auch teilweise ähm wo war es denn hier effekte lesen leider kommt hier auch öfter mal einfach nur quatsch wie zum beispiel will this be on the final test ja ähm also da könnt ihr euch auch mal informieren falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oftmals wird es auch hier ganz grob erklärt aber im normalfall hoffe ich dass das video erreicht ansonsten werde ich übrigens noch eine liste verlinken in den kommentaren ja in der beschreibung und werde da eben nochmal alles erklären natürlich alles auf deutsch erklärt denn das tory ist ja auch auf deutsch ok weiter geht es mit der chef drohne die persönlich finde ich sehr interessant ähm die hat nämlich die eigenschaft dinge zu verzaubern essen also wenn wir zum beispiel einen apfel nehmen und den hier drauf legen dann solltet ihr sehen dass da gleich wieder diese gelbe effekte kommt auch wenn der manchmal irgendwie gar nicht entsteht komischerweise wenn ich das jetzt nehmen ok es ist nichts passiert ach klar weil es hier voll ist wir lassen die mal weiter produzieren so ihr seht der effekt ist da und ja im grunde funktioniert es jetzt schon wenn wir die nehmen seht ihr auch horny classing 1.875 absorption hart damit können wir auf jeden fall mehr leben regenerieren und das ist sehr praktisch das heißt wenn ihr irgendwo die aufstellt und dann eben mit maschinen verbindet oder automatisiert irgendwie dann könnt ihr damit euer essen noch ein bisschen boosten ok weiter geht es mit der minor throne diese minor throne die hat hier wie ihr sehen könnt nichts gemeint das hat damit zu tun dass diese hier ähm naja ärzte um sich herum brauchen diese abhaut und da wir hier was ihr sehen könnt wir sind auf ebene 4 da spawnt natürlich kein erz das ist ja eine platte landschaft ähm aber prinzipiell würde der eben die ärzte farmen die nächste ist auch hier die silky miner die könnte dasselbe machen mit silk touch eigentlich ganz simpel hier hinten bin ich auch bei der fortune äh fortnite die hat eben fortune drauf und kann damit eben mit glück auch erze abbauen aber gut wir machen jetzt hier weiter ich habe übrigens das ganze nach dieser liste hier sortiert damit das einfach ein bisschen übersichtlicher ist das nächste wäre tax collection die finde ich extrem cool denn diese hier hat die eigenschaft äh monster naja nach einem fast schon zu stehlen kann man sagen zum beispiel wenn ein creeper hier entlang läuft dann wird dem gunpowder genommen einfach nur weil der sagt ja gut hier du bist in unserem territorium du musst uns jetzt dafür was geben also sozusagen fand und genau das macht sie halt die töte diese monster nicht die klaut einfach nur items aber leider kann man hier natürlich auch keine tricks ausnutzen zum beispiel ähm was sich jetzt wahrscheinlich viele denken ich könnte doch ein witter hinstellen und könnte doch die ganze nette stars klauen oder klar äh gar einen drachen das ist alles gar nicht möglich daher ihr braucht es nicht probieren vielleicht aber bei modded ähm modded monster da könnte man es ausnutzen aber das müsste man testen nur so ein kleiner tipp okay das nächste blag blag ist eigentlich also die blag b ist eigentlich nur dazu da um dinge in der umgebung zu bestrafen eben mit flüchen auszusetzen kennt ihr ja selbst wenn ihr diese wilde effekte drin habt zum beispiel und das wird eben bei anderen mobs gemacht ab und an auch bei spieler was nicht gewollt ist aber naja äh bei mir ist es zum glück noch nicht passiert so weiter nach die haben wir schon besprochen wir haben hier orcrusher die orcrusher ähm kann natürlich einfach erze pulverisieren wir können ja mal ein erz nehmen zum beispiel gold erz und packen das hier drauf und daraus wird dann eben das gemacht ich schau mal kurz okay leer ist es nicht es sollte eigentlich funktionieren und prinzipiell das ist so die funktion dahinter und was schön daran ist wenn es irgendwann mal fertig wird kann das ganze dann eben werden daraus zwei pulver und das heißt man könnte daraus auch verarbeitung nehmen aber ich persönlich würde eine modpack niemals zu diesem ding raten weil es einfach nur aufwendig ist ihr seht da haben wir das jetzt bekommen wir haben sogar vier stück bekommen das ergibt keinen sinn muss ich ehrlich sagen weil wir gerade nur eins genommen haben glaube ich oder wir können es gerne nochmal tasten wir nehmen ein einzelnes packen das rein wir haben vier stück rausbekommen dann lohnt sich es auf jeden fall weil dann können wir erze vervielfältigen also vervierfältigen ja wir schauen es einfach später nochmal an okay ihr wisst ja wir haben eins reingelegt das nächste ist das hier unsere clockwork queen oder clockwork b die dient eben dazu um von forestry diese clockwork engine anzutreiben und energie zu produzieren Mist ich wollte die eigentlich ins inventar nehmen Moment so wenn wir die jetzt setzen seht ihr auch schon hier wird energie produziert und die kommt da jetzt eben hin aber keine sorge das ist keine energiebiene sondern wie gesagt die dient nur dazu damit die clockwork engine energie produziert ja weiter gehen wir zu dieser hier beziehungsweise eigentlich diese hier das ist nämlich sehr interessant die quantum charming und die quantum strange queen die haben die eigenschaft dass die naja plus und minus sind sozusagen oder ying und yang und wenn ihr da bien produzieren wollt dann passiert es sehr oft dass ihr die eben tauscht ihr seht wir haben hier charming thrones und wir haben hier strange thrones und deshalb wenn ihr eine produzieren wollt dann produziert ihr eigentlich beide und dieses ying und yang das wird eben benötigt um hier später das eternal frame zu machen dazu komme ich eben später noch ok die letzten zwei sind die besten auf jeden fall leider kommt das jetzt erst bei minute 20 aber trotzdem das sind die besten wo ich auf jeden fall empfehlen kann zum einen die temporal die hat eine wunderbare eigenschaft denn diese hier kann alle maschinen umgebung um das neunfache beschleunigen also die dickzahl um das neunfache reduzieren und das ist echt enorm dadurch könnt ihr eben alle anderen bienen antreiben und können noch mehr machen und wir zum beispiel hier sehen könnt das ist das nächste die energie biene dieser die eigenschaft energie zu produzieren eigentlich ganz simpel und das hier erhöht das ganze ums neunfache das heißt hier können wir richtig gut energie produzieren um das euch mal zu zeigen weil viele haben nicht verstanden wie das funktioniert nehme ich jetzt einfach mal eine energy cell ok ich suche mal lieber nach energy cell diese hier und wenn wir die jetzt zum beispiel hier hinstellen dann seht ihr hier wird energie aufgenommen und hier muss ich erstmal beruhigen das hier ist nicht die energie die produziert wird sondern eigentlich produziert die noch viel mehr nur das teil hier nimmt maximal 1000 rf pro tick auf also diese biene die hat es ziemlich in sich ok eine sache habe ich noch geskippt fällt mir gerade auf und zwar die hier da gehen wir mal hier rüber das hier ist nämlich unsere berüchtigte mad scientist drohne oder biene daran habe ich echt ewigkeiten gekämpft denn diese ist ein bisschen aufwendig zu machen und funktioniert leider auch nicht über gandastree gandastree verlangt nämlich oftmals irgendwelche komplizierten dinge hier könnt ihr eben die müsst ihr eben in einem apiary machen und habt eine ganz blöde eigenschaft ich zeige euch erstmal ganz kurz wenn ihr hier zum beispiel hingeht könnt ihr hier drüber fahren und seht was noch benötigt wird also wenn ihr nicht gandastree nutzt dann steht dran ihr braucht engineer miner und ihr braucht einen goldblock der irgendwo steht und habt trotzdem nur eine 10 prozentige chance wenn ihr allerdings diese hier machen wollt braucht ihr science engineer also die die keinen effekt haben und ihr braucht eine explosion in den letzten 10 sekunden aber nicht in den letzten 10 sekunden wo es zusammensetzt sondern in den letzten 10 sekunden wo es fertig produziert also hier im grunde bei den letzten 10 prozent aber nicht beim gandastree sondern hier ein bisschen kompliziert aber eigentlich ganz simpel machbar das heißt wenn das gerade fast fertig ist dann lasst ihr hier irgendwo tnt explodieren und alles ist super ich habe hier übrigens weil diese biene unglaublich gemein ist habe ich hier chance geklämt würde ich hier nichts kaputt gehen kann weil ansonsten würde die hier die gesamte umgebung wegbomben ja damit sind wir auch schon durch mit den bienen wir sind immer noch nicht ganz fertig ich wusste schon der teil wird lange gehen aber das ist okay wir kommen als nächstes zu den frames ne beziehungsweise wir fangen damit an es gibt eben ein multikonstrukt von forestry und da könnt ihr dann eben auch bienen reinlegen allerdings kann es keine frames aufnehmen beziehungsweise nicht viele und mit diesem hier wenn wir das in das multikonstrukt reinsetzen können wir mehrere frames reinpacken was ein riesen vorteil ist dann habt ihr das eben wie in dem apiary der da hinten steht dass ihr da mehrere slots drin habt ja das nächste ist mutation das dient einfach dazu dass die mutation schneller entsteht weil oftmals müsst ihr ewigkeiten warten und es kann passieren dass es eben nicht direkt funktioniert wie ihr bereits gesehen habt wir haben zum beispiel bei dieser miner haben wir eine 10 prozentige chance und das ganze wird dadurch erhöht das nächste ist die eternal frame was vor allem für diese mod karriere beast sehr wichtig ist denn karriere beast hat nämlich die eigenschaft oder viele haben die eigenschaft dass die gar keine bienen produzieren müssen dabei zum beispiel die energie dinge da könnte man dann sagen hey komm du stehst in einem frame drin und du brauchst keine weitere bienen machen sondern du kannst einfach nur so bestehen bleiben und wie ihr ja sehen könnt production ist eben gleich null das heißt hier würde kein unsinn produziert werden und die lifespan ist eben sehr sehr lang gezogen das poison frame ist für mich heute äh bis heute für mich noch irgendwie komisch denn damit könnt ihr eben bienen töten die ihr produziert habt ich weiß nicht wo das denn dahinter ist aber dafür ist es letztendlich da das letzte sind die pheromone ähm die sind sehr interessant die werde ich euch gleich auch mal zeigen wir können eben hier ich nehme das mal ganz kurz raus wir können eben diese pheromone nehmen ach nehmen wir uns gleich drei stück ups zweites und ein drittes und wir nehmen uns da hinten ein apiary so wenn wir jetzt irgendwas cooles nehmen wollen was zum beispiel so ein flower pedestal nutzt das können wir dann dann nehmen hier die smatter zum beispiel ähm wir packen das mal hier hin und sagen okay hier kommt dann erstmal die frames rein dann nehmen wir hier smatter drohen raus und wir nehmen die queen raus beziehungsweise ja wir brauchen die queen wenn wir das ganze jetzt hier so weiter produzieren dann kommt hier irgendwann eben dieses weil raus was wir hier haben das gibt es eben in jeglichen varianten und wenn das irgendwann fertig ist ich hoffe das wird schnell gehen dann können wir das ganze eben mit diesem pedestal verknüpfen das hat folgenden sinn ihr habt zum beispiel ihr habt zum beispiel sehr viele bienen nebeneinander stehen aber ihr wollt nicht dass die die bienen zum beispiel dass die hier die biene das pedestal von hier nutzt und das könnt ihr damit eben naja schützen hier seht ihr jetzt file of pheromones smelter das heißt wenn wir da jetzt zum beispiel hier drauf rechtsklick machen dann weiß der ah ok hier dürfen nur die smelter bienen arbeiten und daraufhin naja sind die da angesteuert und beziehungsweise alle smelter bienen sind da jetzt angesteuert und keine anderen können darauf zugreifen wenn jetzt zum beispiel von irgendeiner anderen was nehmen würdet wir können ja mal ganz kurz die wieder rausnehmen so und packen die hier rein und lassen die jetzt arbeiten die cultivated die kann ja sich sonst nicht verknüpfen wenn die jetzt gleich fertig produzieren und wir das dann aufs pedestal machen wollen dann wird das ganze nicht klappen bedeutet einfach dass es so eine kleine sicherheit so eine sicherung ist ok wir machen weiter wir haben ja noch ein paar dinge vor uns die dinge die können wir glaube ich skippen die habt ihr alle verstanden wofür das holz dient wisst ihr auch dann geht es weiter mit den letzten dingen zum einen setting frame ist bisher noch nicht implementiert bisher ist nur die optik da ihr könnt ja sehen es gibt kein rezept wenn ich erdrücke passiert nichts hier wiederum gibt es eben dieses rezept und das haben wir bereits angesprochen diese rüstung hat einen riesen vorteil denn damit könnt ihr eben wenn ihr bienen nester abbaut könnt ihr keinen schaden bekommen was sehr schön ist denn selbst eine drakonik rüstung oder so bekommt ziemlich schaden und außerdem hat ihr die eigenschaft dass wir die sehr gut verbessern können also ihr habt ja bereits die bienen kennengelernt die eben verbessern kann und wenn wir die da reinlegen würden dann kann die sich sogar ums doppelte verbessern und daher ist es sehr praktisch und daher wir können es ja einfach mal aus spaß anziehen wir sehen damit zwar aus wie idioten aber das ist ok das ist unsere bienen rüstung ok hier ist jetzt bestimmt fertig geworden ja wir haben jetzt fall auf pheromon und wenn wir damit jetzt zum beispiel hier rechtsklick machen dann kommt eben das basis das not use flaupe desto wodurch eben gewisse dinge ansteuern könnt aber gut das letzte was wir jetzt haben beziehungsweise kommen wir wir testen das jetzt erstmal noch wir haben ja hier erstmal unsere rüstung die hat sich jetzt um 100% verbessert und genau dasselbe könnten wir eben auch damit machen und ihr seht ja unsere chestplate hat 2 und 9 und die hat 2 und 8 also ist das hier besser als eine diamant rüstung vielleicht ein bisschen übertrieben aber das ok und damit könnt ihr das ganze eben nochmal verdoppeln aber ok das soweit dazu die waffe sieht übrigens folgendermaßen aus hier bekommt ihr 5 attack damage ich glaube das sind auch immer 5 attack damage ich will jetzt nichts falsches sagen aber es ist glaube ich nicht prozentual ok und damit könnt ihr eben einiges ausbessern das letzte ist eben hier dafür habe ich ein kleines konstrukt aufgebaut wir haben eben nämlich die bb gun und wenn wir jetzt hier shift rechtsklick machen genau shift rechtsklick dann seht ihr hier haben wir ein menü da können wir jetzt zum beispiel drohen reinlegen total absurd wozu das ganze dient das werde ich euch vielleicht zeigen wir müssen das ganze auch aufladen wie ihr sehen könnt und das macht ihr eben indem wir hier honey drops nehmen die hier naja verflüssigen und dann hier reinpacken wenn wir die jetzt hier reinlegen dann sollte die sich aufladen und wenn das erledigt ist so wenn das erledigt das ist eben aufgeladen und einsatzbereit wenn wir jetzt shift und dabei ein scrollbar nutzen dann seht ihr naja ihr könnt das ganze wechseln und hier haben wir zum beispiel die energy drone und wenn wir damit rechtsklick machen dann seht ihr hier fliegen auf einmal bienen entlang ich finde es total cool außerdem sind damit teilweise effekte verbunden das heißt wenn ihr zum beispiel ähm was nehmen wir diese cursed hier nehmen äh black meine ich wenn wir die zum beispiel nehmen dann hat ebenso ein black effekt wir können das einfach mal kurz testen wir legen die hier rein wechseln das ganze und schießen und ihr seht dann kommt eben hier dieser extrem coole schuss und der kann dann eben naja ähm funktion damit oder schaden damit machen weil wir können sie mal testen funktioniert das hier so ihr seht die jetzt befallen leider hat der effekt da gar nicht funktioniert kann ich mir jetzt nicht ganz erklären ne aber sieht schön aus muss man auf jeden fall sagen es kann auch sein dass die bisher noch nicht so funktioniert wie es ist heute denn die ist eben sehr frisch da musste ich auch erst den quellcode durchlesen damit ich irgendwas darüber herausfinden konnte aber ich denke daraus lässt sich bestimmt noch einiges machen und ich persönlich finde diese mod wunderschön ja wir sehen das fliegt einfach nur durch ich finde diese mod wunderschön und ich bin echt gespannt was die noch so entwickeln werden also dann ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen es war auf jeden fall ein sehr langes tutorial vielleicht werde ich noch einzelne bienen in einzelnen videos erklären wenn es gewünscht ist und ja bis zum nächsten mal bis dann hallo nochmal ich hoffe dir hat das video gefallen wenn ja dann lass doch gerne ein abo da auch ist mir deine meinung sehr wichtig daher teilst du mir mit einem like oder dislike mit ansonsten findest du hier noch mehr videos die dir gefallen könnten